Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, mal wieder ein Infovideo, jetzt allerdings ein etwas umfassenderes Infovideo. Und zwar geht es jetzt noch einmal um Änderungen, komplette Änderungen. Erstmal, das hier wird noch neu gemacht, das mache ich nämlich gleich in Ansprung, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, ich wollte das mal das Video raushauen. Es gibt eine neue Änderung auf der Startseite des Kanals, das wollte ich einfach mal ein bisschen ankündigen kurz. Und zwar wird jetzt hier die Uploads angezeigt, also ihr seht jetzt hier das vorgeschlagene Video von mir momentan, ich weiß nicht, das ist glaube ich für Nicht-Abonnenten, der Trailer für Nicht-Abonnenten, für Abonnenten ist das dann was anderes, für die Abonnenten ist die Ice Arts Bucket Challenge, warum auch immer. Trailer für Nicht-Abonnenten, ja wird Torstein 2 angeschlagen, die Uploads kommen da runter dann, ich frage mich warum da jetzt wieder kein Thumbnail drauf ist. Ich hasse YouTube momentan so sehr einfach nur, die kriegen das nicht gebacken, dass die Thumbnails wieder funktionieren, ich weiß nicht warum. Ja, ich muss immer jedes Thumbnail doppelt draufklicken, egal. Dann kommen da runter Adventure, Action, Shooting, Minecraft, Indie, das sind ja die normalen Kategorien, die bleiben auch so bestehen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das ändere nochmal. Und jetzt füge ich noch einen neuen Abschnitt hinzu, mache ich einfach mal, jetzt während ihr dabei seid. Einzelne Playlists, horizontale Playlists, meine Playlists, Playlists suchen. Infos und Schnickschnack. Alles zum Kanal auf einen Blick. Genau, das ist fertig. 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 Ja, genau. Alles zum Kanal auf einen Blick. Und zwar wird jetzt hier die Kanalvorstellung drauf sein. Wie ich also, wie ich mich vorstelle, dann ist hier gleich daneben, kommt dann jetzt gleich dieses Video, was ich hier katschiere. Daneben kommt dann gleich das mit dem Let's Plane hin, das mache ich gleich noch das Video, ist ja egal. Und hier werden dann insgesamt, sind ja fünf Videos, glaube ich, die angezeigt werden, ja fünf Videos. Und hier werden dann immer die fünf neuesten Videos, die informationstechnisch angesagt sind, werden hier stehen. Also einmal das Intro zum Kanal, dann gibt es hier jeweils die vier neuesten Informationen, oder die drei neuesten. Und hier kommt dann noch so ein Video hin, wo dann steht, ihr könnt jetzt Plays immer vorschlagen, bla bla bla, und das wird dann gemacht. Das erfahrt ihr dann auch anderen Infovideos, also einfach draufklicken. Ich habe mir das überlegt, das ist vielleicht übersichtlicher, wenn man draufkommt, man sieht das, dann sieht man, was die letzten Uploads waren. Die Playlists, von den letzten Malen habe ich rausgemacht, weil die Playlists kann man sich, wenn man auf Playlists klickt, hier auch ganz einfach selber angucken. Hier, Playlists, tadaa, das ist jetzt nicht viel weiter von mir. Und dann habt ihr hier alles auf einen Blick, Don't Starve, Civilization, League of Legends, Minecraft Isoland, hier bla, und 30 weitere. Und da könnt ihr euch das angucken, und fertig ist es. Videos, ist ja jedem bekannt, da sieht man einfach die letzten Videos, da ist auch kein Thumbnail drauf, das kann doch gar nicht sein. Und da, gut, nee da, warum ist da kein, ich kriege echt eine Krise hier. Warum sind da keine Thumbnails drauf? Egal, ja, das dazu, ich hoffe es gefällt euch, die neue Übersicht, hier unten die Adventure, ich weiß nicht, ob ich da mache, das ändere ich auch nochmal um, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich hoffe es gefällt euch, ich hoffe es ist übersichtlicher für euch, und ja, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Tschüss! 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 Tschüss!